Die Entscheidung war schon im Juni 2016 knapp. Jetzt hat sich in einer Umfrage erstmals eine Mehrheit der Briten für einen Verbleib in der EU ausgesprochen, 51% sagten Nein zum Brexit, nur noch 41% waren dafür. Das geht aus einer neuen Untersuchung des Instituts BMG Research hervor, die die britischen Zeitung Independent veröffentlicht hat. Die 10% Punkte Differenz sind der Studie, zufolge der größte Abstand zwischen Brexit-Gegnern und Befürwortern seit dem Referendum im Juni 2016. Die Frage, ob Großbritannien Mitglied der EU bleiben sollte oder nicht, beantworteten 7% mit Weiß nicht, 1% antwortete gar nicht. Befragt wurden für die Studie 1508 in Großbritannien lebende Erwachsene zwischen dem 5. und 8. Dezember. Vor allem ehemalige Nichtwähler seien verantwortlich dafür, dass der Abstand zwischen Brexit-Gegnern und Befürwortern größer werde, sagte Michael Turner, der die Studie leitete. Briten, die sich vor eineinhalb Jahren nicht an dem Referendum beteiligt hatten, stimmten nun mit großer Mehrheit für den Verbleib in der EU. Nur wenige der damaligen Wähler änderten ihre Meinung, 9 von 10 der Befürworter und Gegner blieben ihren Positionen treu. Zuletzt hatten Brexit-Befürworter im Februar in Umfragen geführt, seitdem habe es eine langsame Verschiebung in der öffentlichen Meinung gegeben. Am Freitag hatten sich Staats- und Regierungschefs in Brüssel geeinigt, die zweite Phase der Brexit-Gespräche zu beginnen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte erhebliche Zugeständnisse, unter anderem bei finanziellen Fragen gemacht, um die zweite Verhandlungsphase starten zu können.